also so ein Essen Mangel hätte haben halten Halter haben wir durch nie da was passiert selbst wenn die Fahne jetzt explodieren wird alles mögliche nach und dann alles kaputt gehen wird außer die eigenen Stiftung damit können wir noch überweiter Stimmel zu überleben weil wir haben einfach so viel an sich so schon gesammelt wach ist gut und nur ja wohl kaputt gemacht was hat sie überhaupt nicht kommen nein so 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 ach so genau kurz normales Zucker Cane daraus machen so wie soll das und jetzt kann ich daraus die inzwischen spartend mit dem zutreffen mit warum nun gekommen aber wort ich und schuldigen irgendwie ist vergessen zu geben ich habe das komische ding oder haben das nur sogar dabei müssen die ganzen sachen zu scannen von zorn kommt ja das hat ich dabei das thermometer okay das ist kein problem bei gold jetzt geht es natürlich daran was ich unbedingt braucht ich habe mir erscheint mir fehlt er natürlich an ich brauche ein glas ist ein ganzes glasblock wir sind dran der hand das ist aber schon da war wie schatz wir haben erschaffen und dann kann ich da mal wieder wie sie zum packen wird das gut zu den fertigen sachen das kann mir das gut auch zu den fertigen sachen das auch und dann eigentlich kann ich mal kurz die anderen sachen von drüben holen ach ja das ist eine farmaufnahme an sich keine richtige farmaufnahme wir nehmen wir jetzt schon drei stunden noch von drüben das sieht bestimmt komplett anders aus ich will mal sehen wie das ganze hier mal am anderen normalen pack aussieht das würde mich mal interessieren das würde mich mal interessieren und wie sieht ach du scheiße er kann es gar nicht wieder du hast die glasscheiben und sehen viel wie es das sind büschel sofort wieder ändern geht gar nicht ich habe gerade das text ich habe gerade erwartet und wie sieht man richtig krass ein schnaß da gleich ein bisschen ja was die kommen wir machen schneeballschlacht wir will das wie echte männer alter ich er steht bei der Gänster er wird immer mehr er wird immer so dass ich mich so an die Sorge es wird immer immer mehr das ist das ist das Thema was du gerade hat das Alter das ist doch es ist nicht das ist nicht so in der Oberfläche innen also wie er bei ihr läuft so richtig aber nur ein Stück Scheiße ich bin ganz süß ich bin ganz nett ich weiß bei mir läuft weiter das brauche ich nicht das brauche ich auch nicht so dann lass da hier so wind Pilze Pilze Digga Pilze Alter und Blueberries aber so verschiedene Arten haben wir angepflanzt an Sachen um dann konzentriere ich mich auf die Zucker Dingsbums fahren obwohl dann kann ich mal wieder Dingsbums bauen so da habe ich wieder Seeds dann sammle ich auch in den Pflanzen auch so welche an ich glaube das kann ja ganz schön werden am Ende da Zuckerrohr da Zuckerrohr und da Zuckerrohr kann man zu schlafen gehen wenn wir über 30 Stecks das macht schnell ich war immer zu Teil wäre es mal sehen wir es jetzt mit dem Kopf ist mein das 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 da das 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 wasser auf jeden fall warst du bei mir unter der bettdecke also der körper und der kopf hat mir bis einfach mal durch die wand bei mir einfach mal durch die wand ich habe in dem raum hier den kopf gesehen das gesagt dein heim körper im küssen gebrauchten bis hin wenn man ganz kurz weg ok bis durch eine farm ist eine farm ich nehme euch jetzt die ganze zeit ich nehme euch die ganze zeit ich nehme euch die ganze zeit ich nehme euch die ganze zeit hierzu zuschauer die ganze zeit die ganze zeit das ist fertig okay das ist cool so richtig und so habe ich das hier und das hier und dann gehören eigentlich sind wir eigentlich schon fertig aus so dunkel schon mal einen ab machen dann den zieht reinpacken wir wollen hier keine viele verluste machen das ist ja tragisch und das hier abmachen so und das hier ran fahren zu mir das ist das ist das ist der kreislauf dieses xp sammeln ok dann das da rein und dann sag ich mal kurz das war einfach zu glück ich habe einfach viel zu viel glück das ist das problem bei der ganzen sache ich habe keinen raum gemacht ich habe keinen raum gemacht was hast du meinen raum gemacht ob ich sie denn hier reingegangen nämlich holz und er glaubte mir so und ganzen sachen reinpacken weiter dazu dazu kommt die pumpkins da reinpacken wenn ich das noch ausbauen möchte und dann und dann dann einmal weiß nicht da rein ja ich möchte gerne was anderes machen ja oder generell was komplett neues hat und das ist komplett aber auch nicht ähm außer anpflanzen auf dem mann holt mich geht dir falsch oder was was ja dann bist du hier falsch das ist ja was eigentlich eine ganz geile idee ist was du dir eigentlich schon fast erlauben kannst und sagt dir der youtuber key store was ein youtuber der einfach und gut ein pc hat und so eine gute internetleitung fähig ich habe da auch 100 er hat ein ganzes let's play hat er insgesamt in einer woche hochgeladen also nach einer woche ist das letzte vorbei mein zusagen nach zwei tagen war einfach so viel hochledet ihm ist alle zwei stunden kommt ein neuer band ja weil wir nehmen hier einfach richtig viel auch das heißt wenn du ganz schön viel hoch lest dann können wir auch gleich wieder neu aufnehmen weil ich weiß doch paschi mehrere stunden leute haben sehr viel denn zu gucken es kommt nur auf die zeit an könntest du dir echt erlauben ist das gute auch bei anderen es ist könnte sie eigentlich erlauben also die kinder teil macht wirst du ja bloß mit dem anderen programm oder der könnte sich das recht erlauben den märkten er dann weißt du und damit haben in der mx wird ja noch 15 Minuten weißt wird dort wenn man könnte es ist in der fernst du es dabei und dort hat er auch nicht der ich hab das gar kein intro einfach da kann es glaube ich äh, das ist ein deutscher gucke auch selbst eigentlich ganz gerne bei bestimmten Netzpreisen den haben wir auch letztens, Outlast O, äh, Gussieblauer geguckt und wenn ich mit X mit aufnehmen könnte, dann könnte ich sogar 20 Videos an einen Tag gucken, sogar 30, 40 am Wochenende sogar 60, wenn ich möchte ich muss halt nur vorputzen wäre möglich, ja was wieder eine etwas schwierige Sache wird und nachdenkst, du hast die Bilder, das ist der Vorteil, du hast einfach, du hast einfach, du kommst einfach, wir haben vier mehr Views, weil der einfach viel mehr Videos von dir gibt und es ist eine Weile, falls ein Outlast gucken, sie auch gerade sind, weil es wird vielleicht irgendwann an der Seite stehen, das ist ein Kanal-Vorgang, das ist nur die Neusten, wenn man es nicht guckt wenn man nicht kommt ähm, ähm, wenn man und, es gibt nur einen Vorteil, den man vielleicht in, ein Jahr hat, man hat vielleicht 5.000 Videos drauf und man hat, jedes Video wird halt täglich denn ein, zweimal geguckt. Dann hast du halt 10.000, 15.000 Aufrufe täglich. Ist okay, aber ähm 5.000 Videos, die kann man nicht übersehen auf YouTube. You geil. Geld geil. Ist ja cool. Ja. Achso, das, achso. Guck mal, komm, 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 komm mal kurz mit. Ist doch gut, oder? Das ist richtig geil gerade. Komm mal kurz her, wo ich bin. Ich stehe hier gerade. Komm mal kurz hin. Wenn du hier stehst, ich seh, ich finde es gerade so richtig geil. Wenn man hier nur Koppelstun reinmachen würde, so ein Doppelweg sieht viel geiler aus, wenn ich. Viel geiler. Ja. Ja, ich unbedingt kommst schon, aber guck mal, du kannst auch Glas machen, wenn du möchtest, aber es sieht so geil aus, wenn hier so zwei Doppelwege sind, also halt Doppelwege sind. Kann sie besteh, aber nicht auf Korbis drauf machen. Ich feiere dich geil gerade. Ich feiere das einfach gerade. Ich meine, du musst ja, ich meine, du kannst ja, du kannst ja, du kannst ja das, du kannst es doch später vergrößern. Aber es soll ja auch mit diesen, nicht für unbedingt diese anderen Büsche hier auch am Pflanzen. Kannst du ja erst später einen Doppelweg machen? Malo Buries finde ich ganz, ich voll geil. Und später das halt größer machen. Also ich werde meine Farben noch richtig weit vergrößern. Vergrößern. Ja, größer. Ja. Malo Buries. Malo Buries. Mal kurz, ähm, bei deinem Ende. Alter, meine Farben geht erst bis hier. Ich will meinen, zumal erst für erst, bevor ich das weiter mache, weißt du? Oh, das kann ja auch mal lange dauern. Die, ich kann lange dauern. Ey, das wollte ich gerade abfahren. Pack das mal in die Kiste da, also, wenn du es nicht gerade brauchst. Äh, nicht mein. Dann wird die ein bisschen dauernd. Die Kiste kann man nicht reinpacken. Aber ich, ich brauche, ich brauche auch keine Ahnung. Boah, ich komme hier, ist auch alles voll. Guck mal. Ist auch alles voll. Das fange ich jetzt auch ab. Oh, nett. Oh. Ey, mein, ja, ich bin dran. Ich bin dran, da sind doch, alles so. Ach, was ich auch gerade geil sehe, bei meisten Sachen sind einfach viel, viel Hunger, die bringen. Kukumba, Kotten. Die müssen zu viele. Kotten ist, äh, mit Kottenkanzel. Weißt, was sie machen wollte? Was heißt mir unbedingt? Orange, Wolle, Laser und ein... Und ein... Pink, Eimer, Wolle. Wolle, ja, Anna, Wolle. Nein, wir wollen wir irgendwo noch haben. Hm, hm, hm. Ich farm die einfach mal schnell, einfach ab, aus, einfach so. Wenn man die... Jo, Leder. Wenn man die die ganz... Brauche ich sieben von. Ich bin, wenn man die die ganze Zeit farmen würde, ne? Die im Leder... Nach zehn Minuten oder so, hat man den ganzen Tag voll. Da verfällt ich genau sieben Leder und dann noch einmal Gold. Ja, Leute, wir kommen bei Letzfarm. Ähm, wie ich bin jetzt farmen will. Oh, mein Gott, der war so flach. Hm, you can break to a crib. So, so, hey. Boah, die wachsen einfach direkt nach, das ist das Geile. Aber guck mal, du musst eine Reihe hin ab... Also abpischen. Da, die wachsen nicht richtig schnell nach. Die wachsen nicht richtig schnell nach. Oh, ne, sneak and break. So, muss ich mal mal kurz, ähm, so. Wieso das denn? Ich habe ungefähr eine ganze Doppelkiste auf dem Rücken, übrigens. Und, ähm, wie kann es irgendwie... Ich habe mir einen Rucksack gebaut. Das ist... Aber wie viel hat eine Doppelkiste? Meins, ist es jetzt... Dex... Ich habe jetzt... Guck doch einfach... Ja, ich habe da sehe ich eine ganze Doppelkiste auf dem Rücken. Oh, ha, ha. Einfach Backpack und dann müsste es mal... Tomato. Das ist einfach Backpack und dann müsste diese... Der ist genau Backpack. Der von Better Storage. Oh, geil. Haha. Führer zu Happy. Nee, sieh. Es ist aber voll schwierig aufzusetzen, sie musste so auf den Boden setzen. Guck mal auf den Rücken. Ich sie auf den Rücken ab. Siehst du das? Nee, ich sehe es ja auch gut. Nee, ich sehe es. Hast du gerade gesagt? Guck mal, die Kiste, die Raspberry Pi. Das hast du gesagt, nee, ich sehe es, ja. Okay, dies ist nicht. Leder, Wolle und ein Gold. Wirklich, bitte noch mal ans Bett, aber diesmal ans andere, ins Rechte. Fils bitte noch mal sehen, Alter, das da so läuft. Vielleicht liegt es halt nur am Bett. Liegt es da rein. Bei dir sieht es aber besser aus. Ja, du bist einfach bei mir im anderen Raum, ist einfach dein halber Körper. Ein Gold, ja. Ein Gold. Sieht so leu aus. Naja, ich habe ein Gold. Irgendwo hatten wir noch Wolle, da ist ein Wolle. Wir haben sieben Gold irgendwo. Ich weiß nicht, ob wir noch Leder haben. Wir haben nur noch drei Leder, hast du Leder genommen oder noch mal? Sagen wir mal nach Kuhn suchen. Ja. Weil ich habe Tauberslaub, die mich aber so gut, wie ich es machen kann. Ich habe dir sieben gegeben, äh, recht, äh, drei. Aber mehr haben wir, glaube ich, auch nicht. Da ist noch was gefunden. Von 24 pro Jahr. Was ich hier, den Mann, der ist da. Es gibt nicht mehrererahrt. Aber es ist da, wenn es dann gehen möchte. Ich habe jetzt gar nicht mehr, die Reise erdệnet. Ich habe nicht mehr, die Reise ist es passiert. Ich habe ja, aber ich habe ja nicht mehr, die Reise hier in den Augen.